Du spielst durch, ich bin ein Fachermeister. Hä? In's Wasser! Du schießt den anderen jetzt in den Arsch. Ja. Oh, wir sind zuhause. Oh, Schuss! Jäger! Wie sieht ein Adler aus? Was machst denn du, Gau, Alter? Mir ist der Dicke, glaube ich, gefallen und beim Nachfassen habe ich meinen Bauch zurückgeschüttet. Scheiße! Ich bin noch vom Wattertäu. Was? Da können wir mir die Wattertäufe nehmen. Da will er saufen wie der Große und begibt sich. Wie ein Dreijähriger. Mit dem Trinken. Ja, das ist der Scheißdeklar. Du fährst nach. Oder die Plastikflaschen, jetzt wie du trinkst. Was hat sich aber angesetzt? Eine Bierdose geöffnet oder sowas? Nein, das ist die Plastikflasche. Achso. Ja. Jetzt spürst du ihn über den Pachtermeister. Hä? Jetzt fachst du ihn. Warte, du bist hier. Warte, du bist hier. Ich war doch, wie sieht das? Hat die dich erwischt? Ja. Oh. Den ist da. Oh. Äh. Sie hat gleich irgendwie Lunde gerorgen. Und ich wollte dann, ich dachte dann lass sie übrig. Weil er will sie ja durch Kopfschuss töten. Aber dann bist du an ihr vorbeirand und dann... Ja, ich wollte dann den anderen machen. Weil man denkt, ob du machst das schon. Gab eins das andere? Aber warum komm ich da schon wieder nicht drüber? Ich hab's nicht dabei. So, wo wollen wir jetzt hin? Ja. Dann, ähm, Stillwater ruft nach uns. So. Ich hab's nicht dabei. Die Kitschen. Nö. sehr schön grunzt du ja nicht noch irgend so was jetzt haben wir schon wieder so weit warte ich schlag das ding ja unten tot xb und wenn es bloß 10 sind aber für die gepanzerten gibt es 60 pro gepanzerten da lohnt es sich schon hunde soll ich hunde tot schlagen da ist doch einer da sind zwei steche ich die lieber ab ich schließe den anderen jetzt den Arsch ja oh es sind ja sehr gut es sind nochmal zwei oh es ist schwierig er hat mich erwischt aber nicht so schlimm ich habe ja blut still in das mittel genommen da geht es nicht lang oder ach Miet alter schreiten wir ins Ohr dass wir die Ohren weg fliegen hab ich da nichts da oder? ach nö 10 xb lagen hier rum ach meine scheiß lampe schon war an alter ich hasse diese drecks lampe jedes mal verjesse ich das diese scheiß lampe wegzuschmeißen wozu sollen die gut sein alter? ach nö ach nö schwarze pille oder? ja ach nö vorne ist so ein fettsack den würde ich auch gerne töten ich glaube da gibt 100 punkte ach nö ach nö ach nö ach nö ach nö ach nö das ist noch alles vorm ach nö 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 Ey. Dann stirbt er mal. So ein Vollhung. Vom Ort hat er jetzt geschossen. Im Westen. Im Westen. Ich kann es nicht genau sagen. Aber von der Richtung ist er von mir gekommen. Ich habe gerade in Richtung Kapelle geschaut. Und der ist links von mir gekommen. Okay. Okay. Der ist direkt von der Alice. Das fahren wir schon nicht. Gott westlich. Los, wir rennen in die Kapelle rein. Höchstens sagt, wollte uns umgehen. Und ist jetzt genau hier drin. Das gefällt mir natürlich immer nicht, wenn jemand weiß, dass wir da sind. Ich bin auch nicht gelöst. Fliegen schlagen. Das ist auch noch ganz toll. Ey, ich habe eine Spinne gefunden, Alter. Ich habe es doch schon klappern gehört. Willst du das machen? Du? Wir haben hier zwar eine Axt. Das ist sehr schön. Aber ich habe nichts. Ja, dann passt du auf. Ich schlage das Vieh tot, oder? Warte mal. Ich stecke gleich auf da. Schauen wir erst mal kurz nach draußen. Mhm. Gib deinen Kopf noch mal. Siegen. Gib deinen Kopf noch mal. Halt du ihn im Auge. Was war denn das? Feuerbombe. Von wem? Vom Typen? Scheiße. Oh, das will mich umbringen. Uncool. Blöde Sau. Blöde Sau. Blöde Sau. Oh, das bin ich schon mal verkifftet. Die Ratter. Brrrr. Hey, hast du ne Macke? Komm her, komm her! Du... Bitch! Oh, guck, nicht in die Wand. Mist. Oh, Alter, die macht einen Lärm, Junge. Für 10. Passt du nur schön auf da oben. Aber ganz ehrlich, die Leder hätte dir nicht sein können. Ich habe alles offen. Ich stehe jetzt direkt vom Treppenaufgang lobediert. Okay. Die brauchen nicht mal viel, Alter. Die brauchen nicht mal viel. Passt dich. Gut, komm herunter, oder? Ja. Oh, hier ist ne Falle. Weck zu. Wir müssen jetzt ein bisschen haushalten mit unserer Sicht. Warte mal, warte mal. Oh, da oben kommt einer. Ist auf alle Fälle einer reingerannt da oben. Bei mir. Ich bin mir nicht sicher. Oh, fuck. Da hinten war noch voll. Ich bin zugewischt. Läuft ohne bei mir rechts. Läuft ohne bei mir rechts. Da pläst du die Tiere über mich. Er will uns mürbem machen. Er will uns mürbem machen. Wollen wir die Trophäen auf Helmutter liegen lassen erst mal? Ja. Bist du in der Nähe von der Tete? Da holst du die Türen mal. Da kannst du mal schauen, wo es dann ist. Warte, jetzt kommt der noch. Nö, solange ich hier unten bin, verbrauche ich die noch nicht. Der kommt bei mir jetzt auch nicht hin. Naja, Manu, wir haben Zeit, aber wir haben Zeit. Und in der anderen Zeit kümmern sich die anderen Jäger um sich selbst. Und dann ist der eine noch hier. Den knallen wir ab und dann verpissen wir uns. Was war denn das? Oh, weg, mein Finger. Naja. Aber das war links, jetzt kann ich mich kurz auslassen und schütteln. Mach ich auch immer mal. Ja, aber das bläde ist, wenn ich mich nicht aus den Zielen rausgegeben habe. Achso. Jetzt ist er da. Bei dir? Ja. Ich treffe einen doof vorab. Okay. Jetzt hat er eine Leuchtfackel hier unten reingeschmissen, der Schwachkopf. Ich bin da wieder. Hat er mir zu euch gefallen getan. Jetzt sehe ich die Treppe besser. Was feuert denn der Hornachse hier alles rein? Schwachsinniger. Oh Mist, jetzt hat er die Leuchtfackel ausgekriegt. Jetzt sehe ich die Treppe nicht mehr so gut. Wir kommen. Sehr gut. Ne, das war sein Kumpel, alter. Sein Kumpel kommt zu dir. Wo ist sein scheiß Kumpel? Wo liegt er? Hier ist er. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass er den nicht retzt. Ah, ich habe jetzt. Sehr schön. Nices Teil. Warte, ich bleib mal hier. Ey, hier ist noch eine Falle, alter. Ja. Du standst die Anzeitung. Ich bin hier durch. Wohin? Oh, ich bin hier drin. Dann pute ich den Forderen ein. Nein, die muss ich hier hinlegen, damit er, wenn er ihn retzen will. Oder so, ja. Er ist hier, bei mir. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich habe ihn. Pass auf, nicht weiter rennen, das ist die Falle. Die muss ich erst... Hier sehen wir mal schnell das Ding. Woher kannst du plündern? Ah. Was? Was denn? Wen? Wen suchst du? Was? So, da er es hier schafft. Ach so, die Spinne da vorne, ja. So, plündern du deinen. Ich will jetzt hier das natürlich auch noch mit Plündern jetzt rücken. Plündern deinen ja zuerst. Habe ich schon. Ach so, okay. Dann kannst du jetzt meinen plündern. Ach so. Nein, nein, das ist alles gut verballert. Nice, nice style aber. So, wo rennen wir hin? Ich würde sagen, wir rennen hoch, oder? Ja, cool, dann bin ich fuchs, doller. Oh, pass auf, Haller. Ja, fixe. Ich habe nämlich gesehen, wie er runter geht durch die Bretter. Ah, okay. Weil ich bin links von der Treppenhauffang gestanden. Sehr schön. Da habe ich nach vorn gesehen. Und hat schaue ich zu tief. Und schräg nach oben habe ich sie gehört. Ich denke, war geil. Vor uns ist frei, eigentlich. Enten rechts. Oh, ich bin sauber. Ach so, du hast wo gerade geguckt? Ja, auf der rechten Seite. Ach so, ich auch. Na ja, gut. Oh, sehr gut. Das waren doch kleine Noobs irgendwie, oder? Ich weiß nicht, sie haben sich schon ein bisschen zeitlos. Sie mussten wegschleppen, oder so. Wir werden es ja sehen. Oh, 550, 300, 150, 450 Punkte für die Jäger, für zwei Jäger, ne? Es ist nicht die Welt. 450, ja, ich war mit 101, aber ich war mit jedem dabei. Ich glaube, es geht drauf hier. Mhm.